Nix im Inventar? Nee, es erhöht einfach deine Werte, fertig. Einfach die Werte, mehr nicht? Mehr nicht. Hab mich auch gewundert. Oh ne, uninteressant. Ach. Was macht der Geil bling bling? So, komm runter hier, hier hast ein paar Steine, hier hast ein paar Eisenbahnen. Ähm, ich muss mich mal definitiv heilen. Hast du Monster-Hide noch? Nee, ich hab ein fertiges Leder und zwei Monster-Hide. Ich hab nämlich gar kein Monster-Hide. Dabei mein ich was eingesammelt zu haben. Da kannst du mal sehen, ne? Das bedeutet, ich kann mir nichts herstellen. Oh, blöd. Blöd. Blöd, irgendwie blöd. Naja. Es mangelt wieder an Heiltrinken. Bastel ich mir jetzt einfach ein, äh... Dein, äh, Eisenhelm. Einfach nur, weil er dann mehr HP gibt. Mhm. Ja, Heiltrinken sind, hab ich keine. Ich auch nicht mehr. Ich hab grad eingedrungen, damit ich nicht mit zwei HP wiederum dingse. Könnte eng werden, so wie das hier aussieht. Aber mal schauen. Mhm. Essen brauch ich nicht. Meine Ahnung, wie es bei dir aussieht. Nö, brauche ich auch nicht. Essen sieht gut aus. Gut, wenn du bereit bist, sag Bescheid. Ja, ich bastel kurz noch die Pfeile mit zusammen. Sag Bescheid! Ja, ja! Lade nach! Ach, ne. Falsches Spiel. Also theoretisch hätte ich 27 HP, aber ich hab nur 11. Ja, ich bin bereit. Ich hab nur 17. Ach, ne. Ich hätte 17. Aber ich hab nur 4. Hm. War nicht viel besser. Jelly! It's the Jelly Universe! Jeeee! Kill all! Aber wenn du jetzt Gold und sowas kriegst... Dann lass mich auch mal weiter abbauen. Irgendwann halt Gold-Sachen zu kriegen. Ich hab nicht mal ne Spitzhacke. Ich mein ja nur. Also ich werd halt jetzt wahrscheinlich erstmal dann die Gold-Spitzhacke bauen. Um dann halt an die Diamanten-Sachen zu kommen. Dann, du bist tot. Ja. Da ist nichts mit abbauen. Wiederbeleb' mich, wiederbeleb' mich! Ja, Moment! Es hat ein Haltrang! Ja, Moment! Ja, Moment! Nur, bevor das weggeht! Nein, ja, Luther! Bevor es weg ist, jetzt schmeiß dein Ding da! Achso, mein Ding. Hier. Ja, hat ordentlich Damage gemacht. Sehr schön. War da oben noch was? Darf nicht vergessen, noch ein bisschen... Warte, ich mach gleich nochmal meinen Wolf, dann kann er unten vielleicht auch ein bisschen aufräumen. Mhm. Äh... War das C? Es passiert nichts. Doch, er hat sieben Schaden bei dem einen gemacht. Hier. So, machen wir es mal richtig, ne? Ja. Ja. Ja! 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 Du bist halt doof, wenn du mit 1 HP hier rumläufst. 12. 1. Und? Oh, im Schuh irgendwie. Eine mehr. Waren sowieso noch wenige. Insgesamt hab ich jetzt noch 100 Pfeile. Davon 50 in Stein und 50 in Eisen. Also funktionieren. Du darfst nicht vergessen, noch die, äh... Laserchen hier abzubauen. Für eventuell Heiltränke. Jaaa. Denn... Wir waren gerade zwei, die übers... Uh, es gibt auch Pilze mit, 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 mit Axt und so. Pilze mit Axt? Pilze mit einer Axt, die rumlaufen. Ja, die hatten wir das schon häufiger. Ich wusste es nicht mehr, dass es sowas gibt. Ja. Könntest du weiterhin jeden Stein abbauen? Ja, ich... Ich... Da waren hier vorher nur Gegner. Denk du mal lieber an jeden Baum. Ja. Weil da ist nämlich schon wieder Ende Gelände. Lass ihn runterkommen. Ja, warte, dann nehm ich jetzt hier... Gehe ich hier kurz nochmal zurück, nehm allen mit und dann gehen wir in den Dungeon, oder? Die Frage ist eigentlich auch, was bekommst du dann mehr, wenn du eine höherwertige Axt hast? Eisenachse oder so. Ja, Holz ändert sich nicht. Aber kriegst du dann vielleicht mehr Holz? Nein. Aber ich hab eigentlich genug Holz, so meine Axt ist kaputt bedeutet... So, was nehmen wir? Liederroth oder Dungeon? Dungeon. Oder? Ich mein Dungeon. So, hast du Monsterhide noch bekommen? Monsterhide hab ich nix. Ja, ich hab aber ein bisschen das Gute. So, das ist das, das ist das. Dann kann ich das so machen. Eisen brauch ich noch. Ja, ich hab auch noch ein bisschen, aber ein bisschen Eisen. Wenn du hast. Kommt gleich, aber ist nicht viel. Äh... Einer reicht eigentlich schon. Hier. Hier sind Steine. Beischt. Hier sind noch zwei Bone-Eros. Mh... 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 Und... Gold ist da. Gold Spitzhacke ist da. Kann losgehen, fast. Was zu essen brauche ich jetzt immer noch nicht so wirklich. Mh... 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 Ja, aber damit schlägst du halt wesentlich langsamer zu, ne? Ja, aber ich mach auch wesentlich mehr Schaden. Ja, stimmt. Denn das Steinschwert ist, äh, also das, äh, 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 Boneschwert, Knochenschwert ist ja genauso scheiße wie das Steinschwert. Ja, ja. Fälle hier von... Da von 82, Fälle. Bloß 70 Pfeile aus Eisen noch. Also ich, für Eisentechnisch bin ich gut dabei. Das ist gut. Äh, hast du noch was zum Essen machen? Ich hab so ein paar Sachen, die ich... Ja, warte. ...warten kann. Guck mal hier, dann ist das nicht da in der Shop-Nähe. So. Natürlich isst er das. Das ist immer vom Vorteil, wenn du mit vollem Magen hier... ...herumdings, dann ist das nicht. Ah. Gut, bist du bereit für den totalen Tod? Moment. Totaler Tod! Verkaufen. Totaler Tod! Moment, verflucht! Gut! Ich brauchst du aus! Merk das schon! Äh, okay. Auf geht's. Und das ist Mimiqury. Wolfgang, do it! Wolfgang! Was? Boom! Boom! Es hat sich nicht bewegt! Wir haben's doch nicht versucht zu öffnen. Ich will mir mal ein Schild blocken können. Stattdessen sterbe ich. An einer Scheiß-Position. Aber nur noch einer fehlt. Alter, was da unten alles getroppt ist an Gold. Oh, Mann. Werden sie sterben? Lass mich hier zurück. Ich hab keine Ahnung, wie ich dich da wiederbeleben soll. Ich auch nicht. Werde ich hier getroffen? Ja. Ja. Ah, oh. Hilft nicht. Nee. Gibt's Damage und Tod. Ah, du lädst wieder. Scheiße! Ja, das ist natürlich doof, wenn man an einer Position stirbt. Da hab ich jetzt echt reagiert. Ja, was stirbst du denn da auch? Spider-Egg bekomm ich als Hut. Äh. Ich hab' ne Nobel-Noll-Variante. Das hilft mir aber nicht. Nee, das war mir nicht. Aber an sich schon ein vernünftiger Lauf. Naja, er hätte vier Wächer laufen können. Also, ich versuche mir zu merken, dass ich vielleicht die Spitzhacke zuerst upgraden sollte. Hör, schiss. Der Ding ist auf einmal stehen geblieben. Hör auf, so viel Schaden zu kriegen. Spring drüber. Nicht rein. Sagt der und steht da drauf. Super. Mann. Ich bin schon tot. Ja, super. Bist du auch schon tot? Nein. Boah, bist du scheiße. Bist du viel zu pro-Gamer. Ich hab' das Teil down. Ich lieg' hier auch down. Ja, schön. Find' ich auch. Wahrscheinlich bekomm ich jetzt nicht wieder meine Wurf-Axt. Komm, komm. Jetzt krieg' ich Schaden von den Viechern. Boah. Bäm. Ich hab' sie nur von oben fliegen sehen. Dann hab' mir gedacht, wenn, der kriegt sie auf den Kopf. Ja, er kriegt sie auf den Kopf. Solche Dreckssäcke. Also wirklich. Das lass' ich mir nicht gefallen. Na gut, ich muss es mir gefallen lassen. Ich hab' eh keine andere Wahl. Gerade hier mit, äh... einer Axt da draufhauen. Ja, ja. Ich seh' das schon. Fängt schon wieder super an hier. Ja, noch zwei. Das ist richtig Töfte. Ey, voll Töfte. Critical. Critical Töfte. 15. Bäm. Lass' es ihm laufen. Die Axt ihm ins Hirn gedrückt. Wie, Headshot im Laufen? Ohne zu zählen? Zwei. Jetzt wird man nicht albern, ja? Na gut. Das versuche ich jetzt, äh, tagelang das irgendwie nachzumachen. Mir aufgefallen, du hattest... Dass ich tot bin. Du hattest vier, äh... Äh... Schleime und hab's nicht berührt. Schleimchen. Ja, das stand gerade. Ich dachte, der... Na, auf ihm? Nein? Keiner gesehen, dass ich einen Schaden von dem Vieh genommen hab, oder? Doch, ich. Pfff. Nee. Gut. Wir haben die erste Halle überquert. Pff. Pfff. Pfff. Oh, yeah. Denk an das Holz. Du brauchst Holz. Bär schon wie Iran abbaut. Bitte. Berühren. Jede Menge Spinnenweben. Dahinten kommt Schweinsche. Schleimchen hat mich berührt. Warum leb ich noch? Keine Ahnung. Freu dich. Wahrscheinlich durchs Level-Up oder so. Ich hab kein Leben. Na, wer weiß. Ich nicht. BAM in Null. Jetzt bin ich tot. Ich möchte übrigens festhalten, dass ich vorhin in dem Dungeon-Level vielleicht hätte weitermachen können. Hätte ich dich nicht versucht aufzuheben. Ja, jetzt bin ich wieder in Debuff. Ja. Definitiv. Du bist doch, du bist, du bist... Ja, und? Hä? Scheiß drauf! Mich interessiert, was du schaffen könntest. Ja, ich hätte das Spiel ja schon längst durch. Mindestens dreimal. Hätte ich schon alle Folge freigeschaltet. Alle Hüte. 100% und so. No Hit. Buster Only. Buster Only. No Hit, no Kill. Ja. Alle E-Tanks. Ach, kuschelst du wieder mit den Schleimchen da? Ach, die sind so schön schleimisch. Benutzt dich als Schild. Benutzt dich als Schild. Benutzt dich als Schild. Ich werde immer ausgenutzt. Sowohl von Schleim als auch von dir. Funktioniert aber. Schleimer. Na gut, dann geh mit den Kuscheln. Kuscheln. Hey. Warten, warten, warten. Ein Schaden. Was arbeite ich eigentlich zusammen? Du arbeitest nicht, du spielst. Ach, so. Weh. Hier kann man sich gar nicht konzentrieren. Ach, sag doch sowas nicht. Das ist schlimm. Bin ich wieder schuld. Weißt du, er schiebt die Schuld ganze Zeit auf mich. Egal in welchem Spiel. Egal ob hier eine Biene auf mich zukommt. Er schiebt die Schuld auf mich. Hast du...